wisst ihr den weg den weg den weg zu mcdonald's oder ach so wir fahrt gar nicht mehr weit gar nicht aus unserer gruppe alles gut wir fangen gleich ran wir machen gleich navi an ja ja okay gut dankeschön ja ach so mcdonald's was dachtest du denn warte mal gehören die zu uns sieht so aus der hat einen blackout pulli an sieht so aus als würden die dazugehören also die zwei aus herford die gerade ein bisschen spät dabei sind sind aber auch dabei alles tut die ich bin mal gespannt ob wir es schaffen ohne dass die gruppe sich auflöst ich bin mal gespannt ob wir es schaffen ohne dass die gruppe sich auflöst sieht alter alter der huckel war heftig ich bin richtig abgehoben die straße ist ja mal mega beschissen jetzt da haben wir abheben rot 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 moin was hast du gesagt wir haben es gerade noch geschafft ach so gerade geschafft ja ja hab ich gesehen ganz knappe geschichte aber wisst ihr ob noch irgendjemand kommt wisst ihr ob noch irgendjemand kommt ok ganz knapp noch erwischt hier aber ihr wüsstet ja wo fahren wir hin richtig alter da kennt aber einer meine videos ja wir fahren jetzt gleich zu merck ist deswegen also wir sind gleich schon da wir sind auf dem weg wir sind da war die rote ampel und ja machen wir man sieht euch also man sieht die kolonne links abbiegen aber dann müsste meckes auch irgendwo sein oder oh wir haben rot weiß einer denn von dem wie es noch meckes warte mal der eine aus der brücke kennzeichen fahr mit links oder fahr mit rechts rechts ok sind voll aus der brücke die jetzt hier den weg geleiten haben wir glück dass die aus der brücke vorne sind voll neutralen ring habt upsie wir haben glück dass die osnabrücker hinterher vor uns sind ich glaube ja ich weiß nicht gerade irgendwie wir brauchen ziemlich lange und fahren voll die steifwege ich weiß jetzt nicht ob wir jetzt bei meckes rauskommen oder ob die uns falsch führen die haben auf jeden fall ein osnabrücker kennzeichen also würde ich darauf schließen dass die sich hier besser auskennen als wir und die haben eigentlich mitbekommen dass es zu meckes geht also könnte sein dass wir glück haben ich werde gerade die ganze zeit angerufen von irgendwem aber ich kann gerade irgendwie über das seena nicht drangehen ich weiß nicht warum ich weiß auch nicht warum wir überhaupt durch die 30er-zonen gehen als ob es keinen anderen weg gibt zu meckes oha boke ah ah scheiße der habe ich zu spät gesehen wisst ihr wohin? ok dann nicht oh man ich dachte die hören mich wie bin ich? den weg? den weg? den weg? den weg zu mcdonalds oder? wo ihr hin müsst? ach so ihr fahrt gar nicht mehr, ihr fahrt gar nicht aus unserer gruppe wir fahren zusammen, wir hören nicht zu euch alles gut wo sollt ihr denn hin? ähm wir fangen gleich ran wir machen gleich Navi an wir fangen gleich ran wir machen gleich Navi an da müssen die Gewinnstunden waren und dann haben wir festgewinnstunden die Gewinnstunden die Gewinnstunden ja da kommt die automatisch wieder beim Messen nachher ok gut dankeschön ja ach so ja ach so hier lang hier lang oh man wir sind bitte da hinter der Fahrschule her gefahren kommt hier ach wir im grün ok oh man wir müssen hier links oh man ey wir sind hinten in der Fahrschule her gefahren wie geil ist das denn? ich dachte hinten ja das ist unsere Gruppe oh mein Gott oh mein Gott alter wir müssen gleich die nächste Möglichkeit ran fahren wenn es geht warte mal ich fahr hier ran ich will es jetzt oh man oh man Alter wir fahren die ganze Zeit hinter der scheiß Fahrschule her äh brauchst du nicht ich mach nur Navi an ich bin hinter der Gruppe ey wie geil das war Fahrschule einfach oh man wir sind hinter der Fahrschule her gefahren gerade ich dachte das wäre in welcher so einer Gruppe sind alle wieder da? sind alle wieder da? sind alle wieder da? ok dann ich hab jetzt Navi an oh man ey wie geil aber das waren die gleichen Maschinen oder ähnlich hatten wir auch mit in der Gruppe also das war jetzt aber echt der Super-GAU ne? wir fahren einfach komplett falsch oh man ey wie geil ist das denn? wir fahren der scheiß Fahrschule hinterher also ein besseres fähig hätte es nicht geben können egal wem man hinterher gefahren wäre das wäre nicht so schlimm gewesen da Burger King Schild McDonalds Ding das sieht schon aus als würden wir dem Ziel näher kommen oh fuck die Ampel ist ja rot sieht schon aus als würden wir dem Ziel näher kommen oh mein Gott alter da sind die oh meine Fresse alter das war ja ein wieso sagt mein Navi mir denn nichts mehr auf einmal also also die Fahrprüfung haben wir nicht bestanden hat der Prüfer mir gesagt also der Fahrlehrer mit Fahrschülerinnen zusammen sind wir einfach stumpf hinterher gefahren ich hab mich schon gewundert wir hatten doch gar keine andere so kein kein Mädel dabei was ich nicht kenne hm ach guten Tag weißt du was wir wir haben die legendärste Sache ever ja gemacht wir hatten uns noch zwei Motorräder vor uns den sind wir hinterher gefahren weißt du was für zwei Motorräder waren Fahrschule geil Fahrschülerinnen zusammen mit dem Fahrlehrer wir hatten wir hatten zwei Motorräder wir dachten als wir uns getrennt haben dass die zu uns gehören herausgestellt nach wie viele Kilometer sind wir denn hinterher gefahren wir sind dann so wie stehe 30er Tonnen durch und so ne fahr ich dann so irgendwann neben mir und frage so ja äh wissen wir den Weg oder guck ihr mich an wir sind nur zu zweit unterwegs wo wollt ihr denn hin weg Sonnens ja da sind wir ja da und da dann wir sind Fahrschule wir sind ja Fahrschule hinterher gefahren also wir sind jetzt mit gesammelter Mannschaft bei Meckes losgefahren ähm wir fahren jetzt zum Dümmer ich glaube aber ich nehme das nicht mehr auf so großartig deswegen beende ich das Video an dieser Stelle ich hoffe es hat euch gefallen wenn das der Fall ist dass wir noch einen Daumen nach oben da wow grüne Ampel und dann würde ich sagen oh da kommt ein Tunnel sehen wir uns beim nächsten Modoblog Leute tschüssi geil tschüssi achso Kim du hörst mich die ganze Zeit wie ich rede ne hab ich grad voll ausgeblendet ja tschüssi mag Untertitelung des ZDF, 2020